Wir zeigen euch heute, was euch bei einer Führung im Murrell habe, erwartet. Entdeckt mehr als 300 Graffitis und Murrells in allen Größen und Formen von Künstlerinnen aus 40 Nationen und sogar 6 Kontinenten. Macht Fotos und bekommt spannende Infos rund um die Murrells und die Künstlerinnen. Wer selbst Handeln legen möchte, sollte eine Führung mit anschließendem Crashkurs buchen. Die Profis zeigen euch, wie es geht. Am Ende der Führung geht es dann nach drinnen. Indoor könnt ihr euch frei bewegen und die Kunstwerke in eurem eigenen Tempo erkunden. Übrigens werden auch Touren auf Englisch angeboten. Have fun!